Was ist jetzt? Das ist polische Druckfeld. Er wird sterben. Wie schlimm ist das? Ein Projektil blockiert die Lungenergie. Wenn ich es raushole, kannst du die Runde schließen? Ja. Wie willst du das machen? Was ist das? Das ist ein Serum, Velocity 6. Es verleiht Jay von übergehend Geschwindigkeit. Er kann durch seinen Fußkorb reichen und das Projektil entfernen. Ja, aber ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich es nehme. Es ist unsere einzige Option. Wenn du es nicht tust, stirn, Dr. Wells. Alles funktioniert. Der Blutdruck und die Sauerstoffverdigung steigen. Seine Lungen werden wieder durchblutet. Danke.